Herzlich Willkommen in meinem ersten Vlog. Ich werde dieses mal einen kleinen Vlog über das Trainingslager machen, denn für mich und meine Trainingsgruppe geht es heute nach Italien, genauer gesagt nach Formia, ins Aufbautrainingslager. Genau, wir sind ungefähr 10 Tage dort und ja, ich freue mich mega. Ich habe schon meinen Koffer gepackt. Ich hoffe, der ist nicht zu schwer. Ja genau, und ich werde euch ein bisschen mitnehmen, versuchen so viel wie möglich zu filmen und genau, viel Spaß beim Video. Dein Koffer kommt auf YouTube. Let's go. Für uns geht es jetzt gleich los. Wir fliegen gleich durch. So, der kommt da jetzt noch. Der kommt noch da rein. Wir waren jetzt gerade frühstücken und ich habe gestern nichts mehr gefilmt, weil wir super spät erst angekommen sind und sind dann direkt wieder schlafen gegangen. Genau, ich habe mich schon umgezogen, denn wir haben gleich Training und werden wahrscheinlich am Anfang ein bisschen spielen. Ich denke mal Basketball. Genau, und auf dem Plan stehen heute ein paar Sprünge und danach gehen wir Mittagessen. Das ist ja, ich bin Hungerthört ein paar Sprünge. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Und hier sind die Mädels, die uns begleiten Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist die Sarah aus dem Schnitt. Ich wollte euch warnen, dass jetzt gleich Ausschnitte davon kommen, wie ich Tennis spiele. Viel Spaß dabei! Okay. Wir haben unsere letzte Trainingseinheit fertig. Wir haben heute Läufe gemacht am Nachmittag. Und wie fandet ihr das Trainingseinheit? Sehr Pasta-Lastisch. Sensationell. Ja, das stimmt. Sehr viel Pasta. Sehr, sehr viel Pasta. Genau. Wir gehen jetzt in die Sauna und machen ein bisschen Regeneration und ein bisschen Eisbad. Und heute Nachmittag gehen wir lecker ins Restaurant. Zu ihrer Linke sehen sie die Sauna. Jetzt gehen wir hier weiter rein. Und es ist so plaf plaf plaf. In 5 Metern haben sie es erreicht. Plaf plaf plaf. Oh mein Gott, hier ist Wasser. Ja, ja, ja. Seht ihr das auch? Ja, ja, ja. Jetzt gehen wir weiter. Oh mein Gott, ist das Eis? Das ist Eis. Ich glaube es. Fuck, oder? Da gehen wir rein. Da macht Sarah jetzt den Kepa rein. What? What the fuck? Guck mal, Kepa. Wir sind am Flughafen. Wir sind am Flughafen. Nee. Warum fahren Sie zurück? Vielleicht. Heute? Ja. Zurück nach Berlin? Nee. Nee? Nee. Nee? Nee. Okay. Wohin dann? Hä? Hä? Wir fahren jetzt nach Amerika. Oh geil. Okay, bye.